Einen wunderschönen guten Tag, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Da sitzen die anderen beiden. Wir fangen jetzt an, Monopoly Junior Frozen zu spielen. Junior, wir sind Juniors. Ja, wir sind Juniors. Ja, wir haben gerade schon gefrühstückt. Und wenn wir fertig gespielt haben, wenn wir auch irgendwann losfahren, kriegst du ihn ja wieder wegbringen. Und ich muss mein Video für heute noch schneiden. Das wird auch noch lustig. Aber ich bin damit schon fast fertig. Ich muss nur noch Musik hinterlegen und exportieren und hochladen. Das Gröbste ist geschafft. Und ja, jetzt schauen wir uns an, wie das Spiel funktioniert. Und ein bisschen was haben wir gerade schon. Wir verteilen gerade schon Geld und so weiter. Christina, du musst dir auch noch 20 Mark oder was auch immer das sind, spendieren. Christina ist nämlich die Bank. Du bist scheiße. Zähl lieber mit, Schatzi. Die hat gestern bei dem Ding-Spiel auch beschissen. Die hat, glaube ich, ein zu viel gerade wirklich. Dann zähl nochmal durch, Schatzi. Ich zähl. Ne, Olli zählt. Die kleine Maus. Die kann richtig gut bescheißen, Kani. Christina, du musst schon ehrlich spielen. Sonst haben wir keine Lust. Wir sind natürlich jetzt schon eine ganze Weile wieder zu Hause. Eine ganze, ganze große Weile. Ich habe nur noch mein Video für heute geschnitten. Das für morgen muss ich noch. Und wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, ist dann halt mein Tag so. Ich bin jetzt auch total fertig. Es ist 20 vor 10. Ich bin einfach durch mit der Welt. Es war ein schönes Wochenende. Ein aufreibendes Wochenende. Ein lustiges Wochenende. Übrigens das Frozen-Dingsbums-Monopoly finde ich richtig cool. Also das Junior. Weiß ich nicht, gefällt mir echt gut. Da hinten steht der Olli mit Nala auf dem Schoß. Ja, muss ich nicht sagen. Finde ich richtig cool das Spiel. Und ja, soweit so gut. Ich werde jetzt die Kamera im Wohnzimmer lassen. Da ist der Olli. Schatz, wink mal. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt in die Haier gehen. Deshalb, meine hübschen, abonniert sehr gerne diesen Kanal, wenn ihr es mal verpassen möchtet. Übrigens tut mir hier meine Nase total weh. Ich weiß nicht, ob ich da einen Pickel kriege oder so. Voll schlimm. Topfer. Ja, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Tschüss.